Die 7 Pfeile auf dem Weiß und die 11 bei den Juristen Gäden. So, dann stehen sie bereit am Startband, der Startmarschall gibt den Ball frei, dann ist die Grüne Handel an und dann geht das Startband hoch und blau Carlos Generich mit einem Superstart vor, Tyler Haupt, auf Gang 3 haben wir dann Lennart Ide Lüt und Maldi Jurisch auf Gang 4. Der zweite an vorne, Carlos Generich, er führt noch ein bisschen nach außen und Tyler hat sich innen sich vorbeizuzwingen, aber noch ist die Lütte nicht vorhanden. Aber, ja, der Carlos wird eine ganz, ganz kleine Linie, etwas mittig in der Bahn, da es dann kaum einen vorbeikommen und auf Gang 3 haben wir Lennart Ide Lüt vor, Maldi Jurisch. Und so geht es auch Richtung Ziel, 3 Punkte, Carlos Generich, 2 Punkte, Tyler Haupt, 1 Punkt, Wittrich, Wohlen, Lennart Ide Lüt und ohne Punkt bei den Jurisch. Die Zeit 61,2 Sekunden. 2 Punkte, 1 Punkt, 2금i Jurisch.